hallo und herzlich willkommen zur 131 minecraft folge ich befinde mich hier gerade auf dem dach mal wieder und heute mal gucken was wir denn jetzt überhaupt machen ob auch längere zeit nicht mehr gespielt erst mal wieder alles einfinden hier war nix drin die öfen benutzen aber auch gar nicht mehr die maus reagiert irgendwie der verdammt schnell ich weiß auch nicht mehr was hier los ist so lager aus was haben wir denn hier waffen haben wir einige wir können mal wieder herkommen wir gehen mal wieder in die höhle ganz ehrlich da war lang nicht mehr und schon seit einigen folgen nicht mehr das müssen wir ausnutzen ich nehme eine neue eisenaxt mit habe ich denn essen das nehme ich mit und das ja das verrottete fleisch muss ja auch irgendwann weg werden weggehen das macht es ja nicht von alleine ach guck mal hier ist der creeper ja mal weggesprengt hier den eingang deshalb finde ich den auch nicht mehr nachher also ich bin jetzt gespannt was wir heute finden diamanten werden natürlich auch sehr schön für die folgen für die nächsten folgen aber ganz ehrlich zuerst möchte ich jetzt hier mal gucken klack so da haben wir noch gold da haben wir hinten haben uns auch schon längst gebaut war mal das beste was hat einfach mal runter dann bauen wir uns erstmal hier hoch ein bisschen eisen mit eisen können wir immer gebrauchen immer 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 jederzeit zu jederzeit zu jederzeit eisen geht nämlich schnell weg hier na wie sieht es eigentlich mit unserer rüstung aus ach die geht die geht die geht ist jetzt nicht so doll kaputt ähm eigentlich wollte ich aber nur ein blöck haben um mich hier rüber zu bauen so oh gott ist eine heiße angelegenheit na kann man schon sagen hier da oben geht es weiter hier geht es auch na gut ok hier habe ich mich mal vor langer zeit höchstwahrscheinlich mal hoch gebaut und jetzt tue ich es wieder ich werde einen Facken mitnehmen sollen scheiße müssen wir jetzt ins durchs dunkle laufen wobei das echt nicht gut ist ich laufe wir mal ganz kurz durchs dunkle nehmen wir gleich mal alles mit na gut ok jetzt durch die musik die im hintergrund läuft höre ich auch nicht mehr so viel na gut na gut na gut ok johmann wenn nix ist es auch für mich sehr schwer zu erkennen ich glaube auf youtube ist es ja auch noch eine spur dunkler also na das nicht schön hier so dunkel boah wie viel eisen wie viel eisen hier auf einmal ist das ist unfassbar ne unfassbar man nicht so das hier ist auch noch eisen wir haben jetzt schon wieder viel eisen nur was mir fehlt ist jetzt holz da hinten ist noch kohle ich mache mal das wasser weg boah boah alter wie tief geht die denn da hinten ist kleine sackgasse ne hallo oh man diese diese maus ne die ist unglaublich dann ist die normale hülle wieder gut dass wir jetzt hier sind sind wir hier schon lang gelaufen ja hier waren wir ja dann bleibe ich mal hier so ein bisschen im licht hier ist noch cola die wollte ich aber jetzt eigentlich eisen eisen nehme ich gerne mit eisen 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 kommt zu mir sehr schön so da ist gold da oben ist gold wow das würde ich gerne mitnehmen komme ich da oben an ja na ja ja das ist sogar relativ viel gold was wir hier bekommen schön dann ist noch iron war alter diesen block habe ich überhaupt nicht gesehen hier weg mit dir block sie ohne was nix so guck mal hier links alter wie viel eisen ist da unten das ist ja verlockend klack klack nächste alter wie viel wie viel eisen schön eine große schöne ada sehr schön also die nächste rüstung wäre auf jeden fall hier schon mal mit drin hm davon können wir ausgehen nächste rüstung ist auf jeden fall hier mit drin so jetzt muss ich gucken wie komme ich da wieder zurück klack scheiße so so noch irgendwas nehmen dann habe ich woanders noch gold gesehen da da längs hier müssen wir aufpassen nein nein ist mir die scheiße hau ab hau ab lava ich will dich hier nicht haben erstmal gucken wo ich mich hin baue ja 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 das da geht schon nach unten hier ist es aber okay so jetzt ist die spitzhacken auch schrott alle sehr schrott alle ganzen spitzhacken sind alle sehr schrott so was haben wir noch für kleinigkeiten da unten ist redstone ähm da geht der gang noch weiter aber ich glaube da wir haben die ganzen schächte ja eigentlich schon abgesucht na ähm können wir da oben hin wow das war knapp also sterben möchte ich jetzt nicht unbedingt ne so hier ist der wasserfall nach oben hier hinten waren wir aber auch eigentlich schon überall da unten ist obsidian obsidian wird auch noch sehr wichtig sein für uns wir haben ja alle schon eigentlich abgesucht also so viel können jetzt hier auch nicht mehr sein dann würde ich sagen gehen wir nach oben machen uns eine spitzhacke eine diamantspitzhacke gehen wieder nach unten und dann wird erstmal schön obsidian abgefarmt ups na hallo ich möchte hier hoch der begreift das aber auch nicht so wo bin ich jetzt eigentlich das ist jetzt wow das ist jetzt die gute frage was ist denn was sind das da hinten hier muss ich doch raus oder ich habe vergessen wo der eigentliche ausgang ist hier oben ja da merkt man dass ich schon lange nicht mehr auf dieser welt gespielt habe so dann gehen wir ganz kurz janz janz jurt nach oben holen machen uns eine dia spitzhacke ein bisschen holz fackeln nehmen wir mit naja eigentlich wollen wir jetzt nur noch das obsidian und dann gehen wir wieder nach oben und craften uns einen zaubertisch würde ich mal sagen diamanten haben wir ich wüsste nicht was wir jetzt noch gebrauchen können mit dem arme die monster ach die müssen doch an menschen ist doch langweilig so kein wunder dass ich keinen hunger bekomme ja ja habe ich vergessen ach lager aus lager aus nicht ins wohnhaus ins lager aus so rohstoffe ja das soll reichen für zaubertisch ähm hier schmerzt sich nochmal ein bisschen was ein haben wir hier noch was drin gut hier ist 62 62 21 aber nochmal ich fühle mal ich fühle mal die hier ganz auf und der rest kommt dann hier rein in den ersatzofen haha so zwei stöcker und drei dias das sollte ja kein problem für uns sein das haben wir ja im nu fertig gecraftet hier so 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 so